Hi, ich bin Yannick, ich wohne in Siemenshausen und lebe hier schon mein ganzes Leben. Ich bin in Siemenshausen in die Grundschule gegangen, bin dann im Nachbarort auf die weiterführende Schule und habe dann in der VG Siemenshausen zusammen mit dem Landratsamt Günzburg meine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten abgeschlossen. Also ich arbeite im Hauptamt im Vorzimmer vom Bürgermeister und übernehme auch Aufgaben vom Bauamt. An meinem Beruf schätze ich sehr, dass wir sehr viel Kundenkontakt haben. Es kommen immer wieder sehr viele Bürger rein, die immer unterschiedliche Sachen brauchen und die Kollegen sind sehr freundlich. Wir schätzen uns gegenseitig sehr und es macht sehr viel Spaß. Nach einem langen Tag im Büro muss ich einfach mal raus in die Natur, durchatmen und den Ausblick genießen. In meiner Freizeit mache ich sehr viel Musik. Ich spiele einige Instrumente, zum Beispiel Schlagzeug, Trompete und Gitarre. Zu Hause übe ich sehr viel meine Instrumente oder auch im Musikverein in Siemenshausen bin ich schon seit Jahren aktiv. Das Vereinsleben ist mir deshalb sehr wichtig. Ich bin aufgewachsen im Vereinsleben, meine Eltern sind in Vereinen sehr aktiv. Man rutscht da irgendwie mit rein und es sind da mittlerweile alle Freunde, die ganzen Bekanntschaften. Es ist einfach eine große Gemeinschaft. Günzburg, mein Landkreis, meine Selbstverwirklichung.